Servus, servus und hallo zu einem neuen Video. Heute ist ein ganz besonderer Tag, ich habe heute Geburtstag und ich sehe seit langem wieder mal meine liebe Freundin und ja, ich möchte meiner Freundin jetzt ein paar Blumen kaufen, dass sie mich wieder mehr mag und jetzt suche ich gerade ein Blumengeschäft. Ich habe noch immer kein Blumengeschäft gefunden, weil normalerweise bringe ich meine Freundin immer vom Friedhof Blumen, aber heute soll schon einmal etwas ganz besonderes sein. Ja, das mit den Blumen, das wirkt immer bei den Frauen. Einmal bin ich von meiner Freundin sogar verdroschen worden von einem Blumenstrauß, weil ich meiner Freundin denselben Blumenstrauß geschenkt habe wie einer Ex-Freundin. Ja, da habe ich so richtig eins auf die Gorschen bekommen vom Blumenstrauß und ja, da sind die Blumen drinnen. Ja, naja, so ein Fahrradwohnwagen ist schon einfach eine geilere Sache als wie ein Blumenstrauß, aber die Frauen sind geiler auf Blumensträuße. Ja, ich habe meiner Freundin den Blumenstrauß geschenkt und jetzt ist wieder alles gut und ja, geil. Meine Freundin, die ist die allerbeste. Sie ist zwar kamerascheu, ja, aber ich bin kamerageil. Also, wenn dir das Video gefallen hat, bitte zeigt das Video deiner Schwester. Like das Video. Ja, comment lasst. Vielen Dank.